Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge FALL GUYS. Das Spiel ist seit vorgestern nämlich kostenlos auf allen gängigen Plattformen zu haben. Und das hab ich mir nicht nehmen lassen und hab einfach mal reingeschaut. Ich hab das mit ein paar Leuten aus dem LPF-Discord angeguckt. Zwei davon hab's noch nie gespielt, zwei schon. Ich gehörte zu denen, die es noch nie davor gespielt haben. Und leider hat das Spiel irgendwie mit meiner Grafikkarte rumgezickt. Deswegen war die ab und zu mal auf 100% und mein kleiner Wolfi hier ist quasi 80% des Videos einfach im Stillstand. Ich hoffe, ihr könnt das mir verzeihen. Aber eine Folge davon wollte ich euch trotzdem mal zeigen. Also eine Runde, die wir gemacht haben. Genau, deswegen viel Spaß mit dem Video. Und vergesst nicht zu liken, weil sonst... Du, du, du. Ah, dann muss man nicht ganz hinten starten. Ich muss mal nicht neben euch starten, das ist gut. Kann man sich denn irgendwie den Namen anzeigen lassen? Ja, mit R, äh, L irgendwas. R, äh, L irgendwas, okay. R, äh, L irgendwas. Drück einfach mal alle Knöpfe. Ich kann gerade nicht, ich muss Körfer drücken. Ui! Boah, oben ist man viel schneller unterwegs. Bild. Ja, jetzt bin ich runtergezogen. Weil sie, sie, seinen fetten Körper im Hintergrund gesteilt haben. Sorry. Nein, auch fast. Das ist der Scheißhammer. Oh mein Gott. Ah, bin ich jetzt zwei hier. Ich bin nur ein Scheißhammer. Die werden hier alle einfach platt gedrückt. Aber wenigstens 46 noch. Ist schon wieder erster? Dill ist richtig der Profi. Alter, was rüst ist sie? 26. Nein, nein, ein Punkt weniger als letztes Mal. Wohl weiter. Sind alle im Ziel, ja, ne? Ja. Awesome. High five. Ja. Qualifiziert. Das Wort kenne ich gar nicht. Was? Qualifiziert. Es gibt da mehr als eine Runde. Ja. Lüftsumme. Oh Gott. Zähle die Früchte von meinen ansteigenden Schleimen. Bitte was? Aber ich weiß auch nicht, ich weiß von Knie. Keine Ahnung. Okay, da unten steht es ja. Zählen und dann auf das Feld stellen. Jetzt sind die Namen natürlich hinderlich. Ja, wo sind die Felder? Man glaubt, die erscheinen einfach. So, eins, zwei, drei, Birnen. Zwei drauf. Was? Wo sind jetzt die Felder? Hä? Was, was, was muss ich machen? Hä? Äh, ich stell mich einfach dahin, wo alle anderen hingehen. Aber die sind alle irgendwo. Hä? Ich kapier das nicht. Boah, wusste man jetzt, wo was kommt? Da oben steht es glück ich an einem Schild. Hä? Zwei, wie viel. So? Ich hab's null verstanden. Ich hab's noch nicht kapiert. Ich hab's noch nicht kapiert. Ich hab'n, wo mehr davon da waren. Das ist eine Kokosnuss. Okay, es gibt eine Kokosnuss, Leute. Nee, zwei. Zwei Kokosnüsse. Ich merk mir die zwei Kokosnüsse. Naja, ich merk mir alles und ich schade es immer noch zu. Wo weiß ich denn, wo ich jetzt hin muss? Ach so, ach, das kommt erst später und dann musst du da rechtzeitig hin. Jetzt versteh' ich das. Kokosnuss. Nee, vier. Was gehört das jetzt hier? Vier. Trauben? Trauben. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Ich nicht, immer noch nicht. Was? Warum Trauben? Ja, das auf der Tafel da hinten steht. Ja, eins, zwei, drei, vier. Und dann sollst du sagen, wie viele es da vorgab. Vier. Ah. Zwei Kokosnüsse. Leute, zwei Kokosnüsse. So. Null. Null. Null? Äh, das Ding hier, die... Ach, da, ja. Was ist das? Also, stimmt. Papaya. Einfach für, keine Ahnung. Schum. Passt. Und überlebt. Nice run. Ausgezeichnet. Das hast du gut gemacht, Dissi. Ich? War die alle tot? Ja. Oh Gott. Ja, sind ja tot. Ab der ersten Runde. Nein, ab der zweiten. Ey, das ist ja voll das Brillenteam. Wollen wir uns auch alle so anziehen? Äh, gleich anziehen irgendwie? Bis jetzt? Habt ihr gar keine Kostüme? Ja. Keine Hosen? Ja, woher denn? Weiß ich nicht. Ey, habt ihr kein Amazon Prime? Doch, das hab ich ja. Aber das hast du ja schon an. Wir können ja nicht alle gleich anziehen. Wollten wir das nicht gerade? Ja, darum ging's ja. Teamfarben quasi. Ja, das hätt ich schon. Dann, also Zukunftsdirektor. Aber was zur Hölle seh ich hier gar nicht? Das ist ja auch von Amazon Prime dafür. Was tu ich sehen? Tun. Ja, hier Schleimkratzer. Hoch da. Okay, links. Hey Bananen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, runterfällt das mal, glaub ich, für immer raus, ne? In dieser Mif. Ja. Glaub schon. Für immer, bis wir raus. Immer. Immer, dann bist du einfach tot. Diese Krölle alle einfach. Ich hauut. Ach, man kann ja voll cheaten. Einfach über diese Stege gehen. Ach, das ist ja jetzt in der Sache. Nein, ich bin... Was? Ach, hoch. Und dann? Ich bin alle Taktik. Ich komm einfach mal auf der Scheiß. Jay, warte auf mich. Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Nach oben, immer nach oben. Ja, spring halt rechts, Dizzy. Nein, ich hab keine Ahnung. Ist das witzig? Jetzt komm ich ja nicht mehr hoch, der Scheiße. Und von hinten kommt, glaub ich, Schleim hinterher. Ja, ja. 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 Ah, Glück ab. Schleim. Ey, bist du schon raus, oder was? Naja. Ach, der Dö. Ja, direkt am Anfang. Voll peinlich. Muss ich hier hoch? Ja. Oder nicht? Nee. Du hast vorerst ausgeschnitten, oder? Ach so, hey, wo muss ich hin? Da, da. Ja, da ist um geradeaus. Genau. Du kannst da drüber springen, du musst da nicht durch. Du hast den Superchump da drin. Du musst nicht durch, du kannst springen. Ja, hab ich verstanden. Aber war dir egal. Das kann man doch bestimmt hier irgendwie ausnutzen. Können die einen da nicht hochschieben? Ja, können sie. Let's go! Seid ihr alle schon tot wieder, oder? Wee! Wir kommen hier gespannt. Sehr gut. Oh, viel Taktiken hier. Ich glaube, man muss einfach nur überleben und dann springen. Springen. Er schafft es echt. Voll gut. Das ist ja wirklich so, ne? Wer zuletzt lebt, hat gewonnen. Nee, wir sind schon raus. Nee, ich kriege ja noch Punkte hier. Jetzt hoffe ich, dass das reicht. Nein, der kann ja nur weniger Punkte kriegen, oder? Ja, aber hätten ja noch zwei schaffen können. Qualifizierte Session. Wir sind so gut. Ohne mich hätte ich dir das nicht geschafft. Boah, leck. Da wurde grob aussutiert. Finale. Die Brillen sind immer noch da. Das kann nicht werden. Schneeschiebäre. Okay. Okay. Durch den Schnee, damit er auf die Maxim. Okay. Ich glaube, da kann man die Schneebälle von den anderen verhindern. Ja, man kann dich stören. Oh, nur zwei? Ja, das ist eigentlich egal. Hier steht alle ineinander. Ja, ja, ja. Okay, ich störe. Wie viel Teammitglied sind da plötzlich? Hä, ja stimmt. Sieben. Sechs. Hä? Wirklich richtig komisch. Ihr solltet nicht... Was macht ihr denn? Achso, nein. Die anderen stören natürlich. Hä, ich sehe gar nichts mehr. Ich schieb grad'n Ball rum, aber welch. Let's go. Komm's nach unten. Okay, ich versuch mal, die anderen zu nerven. Du, das schaffst du, das nicht. Das schaffst du. So. Ja. Ich versuch die anderen... Okay, also Rot hat gar keinen Bock mehr. Ist das unser Ball? Rot macht... Ach, wir sind rot. Wir sind rot. Unser Ball ist hier hinten. Unser Ball ist hier hinten, Leute. Ihr schiebt den falschen Ball. Ich hab den roten Ball aufgehalten. Warum haben wir denn bei dem anderen verhindert? Scheiße. Naja, da waren ja auch die anderen, deswegen. Da waren ja auch die gelben und so. Mann. Aber wir sind zweiter. Aber wir sind zweiter. Aber wir sind zweiter. Aber wir sind zweiter. Wir sind zweiter. Wir schaffen das. Wenigens haben wir das Spiel gerafft. Nach ner Minute. Irgendwahrscheinlich. Ja, und ich halte das auch erst. Naja, ganz geil, sowas wie du bist rotes Team oder sowas. Naja, du bist voll rot angezogen, aber sonst. Wir sind so angemalt. Wir waren vorher schon so angemalt. Warte mal, wir müssen den blauen hier mal ein bisschen. Der ist in der Mitte. Ja, lass mal in die Mitte. Kann dem blauen mal einer gepflegt in die Klöten treten? Ich glaube, die haben schon gewonnen. Bei 100 haben die gewonnen, ne? Ja. Mann, Mann. Ja, da ist die. Okay. Ach, man kann noch zweiter werden. Okay, let's go. Ja, ja. Es gibt dann nochmal ein Finale. Es ist noch gar nicht ein Finale. Wo ist denn der gelbe Ball eigentlich? Haben die den überhaupt runtergeschoben? Nee, ich mache eine Frage. Dann könnt ihr gar nichts mehr machen. Was passiert hier? Wir versuchen jetzt auch alle zu schwören. Das war nice. Oh ja, unser Ball macht das quasi allein, oder? 1% doch. Wer ist denn da an dem gelben Ball? Okay, okay. Ah, let's go. Zweiter Platz. Reicht. Die nerven die ganze Zeit. War das jetzt das Finale? Nee. Nee, nee. Das war das erste, glaube ich. War halb Finale. Die Brillen ziehen, dann endlich weg. Aber die haben das, glaube ich, auch nicht kapiert. Nee. Ah, ich habe die ganze Zeit den blauen Ball geschoben. Ja, gleich bei mir. Und ich habe den roten aufgehalten. Das ist auch nicht viel besser. Eigentlich haben die nur durch uns gewonnen. Also eigentlich haben wir gewonnen. Wir waren voll gut. Ach Gott. Wir müssen ja Basketball spielen. Aber es gibt Bälle und ihr müsst die in diese blauen Ringe da. Mit RT-Bälle aufwerfen. Genau, also Basketball nehmen, ihr müsst die auf der anderen Seite bitte diesmal. Aber was ist die andere? Ja, sind wir gelben oder sind wir blau? Also wir sind gelben und auf der blauen Seite müssen wir sie versenken. Okay. Das ist verwirrend. Ich sehe, vor allem stehen sie wieder alle ineinander drin. Ich weiß auch keiner Bescheid. Nee, wir sind blau. Oh, mein Gott. Weißt du, das ist ein gelber Ding, ne? Blau. Hä, wenn wir blau sind, dann seid ihr gelb, ne? Ja, ich glaube schon. Ich kann. Und dann? Ja, ich verstehe. Voll. Wie, wer ist man die denn? Achso, man muss quasi danken, ja? Leertaste loslassen oder irgendwas. Ja, man muss danken. Punkt. Ich hab den Ball geklaut. Hey, ich hab den Ball geklaut. Gib mir meinen Ball wieder, du Vogel. Fällig. Ihr könnt den mal noch abnehmen, wenn ihr die einmal festhaltet, glaube ich. Ja, ja. Oh, das ist ein goldener Ball. Das ist ein goldener Ball. Ich versuche den zu kriegen. Oh, ich muss verschaffen. Ja, nein. Falsche Seite. Falsche Seite. Ja, ich geh ja schon. Uäh. Okay, ich hab ihn. Bewach mich. Äh, äh. Der goldene Ball bringt fünf Punkte oder so. Nein. Der muss jetzt aber ins Gelbe toten. Wer ist denn überhaupt fair hier? Ich versuche gar nichts. Okay, ich komme. Ich komme dir zur Hilfe, Diddle. Ich bin der mit dem Regenbogen-Typ. Wo ist denn der Ball jetzt hin? Warte. Ah, hier. Wo ist er hin? Hat er denn echt reingespielte Penner? Da. Jay, zu dir kommt der goldene Ball. Jay, dreht dich um. Die dürfen wir nicht passieren, dann haben wir verloren. Hab ihn. Okay. Hab ihn. Let's go. Drei Sekunden, schaffe ich nicht mehr. Na, haben verloren. Aber fast. Aber fast. Aber es wird langsam. Wir widigen ihn. Bis zum nächsten mal.